Wenn es so viele Leute da mitmachen, dann ist es schon ein Problem. Also, alles klar. Wir rufen durch Stuttgart 21, wenn S-Bahnen, Straßenbahnen ausfallen, ja, und das Angebot da... Ja, also noch viel mehr Geld. Also, was ist der Inhalt von diesem Gespräch gerade? Wie gesagt, wenn wir so viel Geld, wenn wir unlimitiert Geld hätten, könnten wir ganz viele coole Sachen machen. Ja, vor allem, wenn wir sowieso so viel Geld drucken können, wie wir wollen, warum drucken wir überhaupt? Dann können wir auch gleich den Befehl machen, baut die Bahn einfach. Ich meine, wenn du unendlich viel Geld drucken kannst, dann brauchst du ja auch gar kein Geld mehr an sich. Fast so, als wäre das ein bisschen der Punkt, ne? Also, plötzlich ist es künstlich reduziert... Niemand fordert, dass unlimitiert Geld gedruckt wird. Also, das ist schon der Strom, an dem wir zum wievielten Mal jetzt hören. Also, das zieht sich auch durch deren ganze Reaktion. Die unterstellen einfach, dass unbegrenzt Geld gedruckt werden sollte oder dass irgendwelche absolut hohen Summen gedruckt werden sollten. Nein, die Kapazitäten, die in der Wirtschaft vorhanden sind, und das ist ja vor allem erkennbar am aktuellen Beschäftigungsniveau, herrscht Vollbeschäftigung oder herrscht keine Vollbeschäftigung, die Kapazitäten sollten optimal ausgenutzt werden, um das maximale Wirtschaftswachstum zu erreichen. Das ist die kensianische Forderung. Die Forderung ist nicht, dass der Staat jetzt 100 Milliarden Euro ausgeben sollte, morgen früh. Weil halt so viele darauf angewiesen sind, diesen öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Also, dieses Gedränge braucht in Corona-Zeiten kein Mensch. Ganz sicherlich nicht, aber hier sind wir wieder bei diesem Satz. Hier übrigens auch jetzt mein bester Guess, wie er während Corona drauf war, er saß als eine Chance. So wie er auch die Klimascheiße als eine Chance sieht. Ich glaube nicht, dass er wirklich denkt, dass das klimagefährlich wäre oder Corona, aber wahrscheinlich fand er es gut, weil es die Welt näher an das bringt, was er gerne hätte. Ja, gut. Gut möglich. Wie gesagt, ich glaube auch seine Wirtschaftstheorie zielt darauf ab, das System zu zerstören, damit wir hier Diktatur des Proletariats aufmachen können. Alles, was man machen kann, kann man sich lassen. Ich sag's ja. Das wird sich, also zumindest den Teil, den ich mir angehört habe, zieht sich das die ganze Zeit durch. Wolfgang Schmidt will, dass unendlich Schulden gemacht wird. Und dann bricht das System zusammen und es kommt die Diktatur des Proletariats. Also, ja, danke. Und deswegen sind natürlich auch Investitionen, wie sie jetzt Joe Biden in Amerika vornimmt, nicht einfach mal so, dass man mal versucht, die Wirtschaft zu überhitzen, sondern man schaut, was ist langfristig eigentlich sinnvoll und wie müssen wir uns auch global... Hä, aber ich dachte, es gibt quasi kein Maß an Schulden, was dann ein Problem wäre. Wieso nicht die Wirtschaft überhitzen? Wieso nicht? Also, Schlomo checkt es immer noch nicht. Der absolute Schuldenstand eines Staates im Verhältnis zum BIP ist keine relevante Kennzahl. Wenn dieser Schuldenstand bei null liegt, so null Prozent vom BIP, der Staat hat gar keine Schulden, aber es herrscht Vollbeschäftigung, dann kann ein Staat kein Geld mehr ausgeben. Pflicht und ergreifend, also ohne die Wirtschaft zu überhitzen, weil die Ressourcen in der Wirtschaft voll beschäftigt sind, weil jede Ausgabenerhöhung sich selbst immer weiter verstärkenden Inflationsschub anheizen würde. Wenn allerdings Unterbeschäftigung herrscht, dann können die Staatsschulden bei 500 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sein. Der Staat kann Geld ausgeben, ohne die Wirtschaft zu überhitzen. Der Staatsschuldenstand in Relation zur Wirtschaftsleistung ist keine relevante Kennzahl. Das ist das Argument. Nicht, der Staat soll unendlich viel Geld ausgeben. Dass Schlomo das intellektuell nicht getrennt bekommt, also dass er das die ganze Zeit vermischt. Also, ich sag ja, ich hatte eigentlich gedacht, das hier ist zu lang, um drauf zu reagieren, aber als ich hier mit dem Teil eingestiegen war, da dachte ich wirklich, okay, darauf müssen wir reagieren. Das ist dann nicht gut, weil, ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es hinten und vorne nicht. Ja, und vor allem seine Logik. Alles, was man machen kann, kann man sich leisten. Ja, natürlich, irgendwo, aber dann steht ja, da ständig ja sofort dann die Logik hinter, okay, dann müssen wir die mexikanischen Ölquellen erobern. Also, wenn wir jetzt in Mexiko einreiten und denen einfach ihr Öl klauen, was wir machen können, dann können wir es uns auch leisten. Ich meine, gerade bei König der Löwen war es doch die Ideologie, das Stärkere hat recht, aber das Böseste auf der Welt. Aber jetzt gilt, was man machen kann, kann man sich leisten. Die USA können eine Menge machen. Also, nur weil man etwas machen kann, ist es nicht unbedingt sinnvoll. Das Deutsche Reich konnte 1933 in einer brutalen Wirtschaftskrise offensichtlich Staatsausgaben extrem stark steigern und für einen neuen Weltkrieg aufrüsten. War es sinnvoll, das zu tun? Hätte man das Geld nicht vielleicht in die zivile Infrastruktur investieren können und eine friedlichere Außenpolitik fahren können, hätte man sicherlich machen können. Aber man konnte es sich offensichtlich leisten. Also, und genauso könnten die USA es sich ohne Probleme leisten, morgen in Mexiko einzufallen. Die Frage ist nur, wäre das sinnvoll? Nur wenn man etwas machen kann, ist es nicht sinnvoll, das zu tun. Also, den Unterschied wird der Schattenmacher ja hoffentlich noch verstehen. Den Kapitalismus, wie wir ihn hier im Westen haben, zu retten, beziehungsweise wie muss der Kapitalismus sich transformieren, um gegen den chinesischen Kapitalismus auch... Aha. Also, du gibst gerade dem Kapitalismus, das System, das du mehr verachtest als andere auf der Welt, Tipps dabei, wie er am Leben bleiben könnte. ...zu können, da ja dort mit fünf Jahresplänen, mit ganz langer Planung bis 2050 in einer anderen Weise Kapitalismus gemanagt... Hey Leute, ich habe hier einen Aktionsplan, wie wir endlich mal den Antirassismus hier richtig auf den Weg bringen. Damit komme ich demnächst auf die Ecke. Also, die chinesische Wirtschaft hat noch und nöcher Probleme. Okay, zu China kommen wir gleich. Eine Frage aus dem Chat. Ja, mit Libertären habe ich schon diskutiert. Schaut euch einfach die Debatten auf meinem Kanal an. Also, da ist schon genug. Wenn ein Libertärer mich um eine Debatte anfragen will, kann er das gerne machen. ...probleme, weil die ja immer noch diese komischen Planungselemente drin haben, weil ja die ganze Zeit irgendwelche Blasen entstehen. Also, die chinesische Wirtschaft hat in letzter Zeit ja auch eine mittlere Krise durchgemacht. Also, die ist nicht besonders angestiegen. Und wie gesagt, es gibt da so einen Kanal, ich glaube Serpentenzer oder sowas heißt, der beleuchtet das manchmal ein bisschen, dass die da irgendwelche Geisterstädte haben oder dass die riesige Friedhöfe für Elektrofahrräder haben, weil die einfach nur auf irgendwelchen Blasenspekulationen innerhalb des kommunistischen Staates gebaut wurden, überhaupt keine Abnehmergrundlage haben. Ja, und langfristig leidet dann eine Wirtschaft dann darunter. Und das sehen wir jetzt unter anderem auch. Also, die chinesischen Aktien performen gerade nicht supi-dupi. ...werden kann als hier, wo wir alle vier Jahre eine Wahl haben. So. Also, dass der Schattenmacher an der Stelle nicht gemerkt hat, dass sich das selbst widerspricht. Also, obwohl, nee, er ist zu den Teilen mit den Aktien noch nicht gekommen. Dazu kommen wir jetzt. ...und noch nicht wissen, wer wird im Finanzministerium sitzen. Ein Christian Lindner. Das wäre zum Beispiel ein Problem für einen solchen Ansatz, wie ich den ihr... Ja, ja, weil der den konservativen Ansatz... Ja, viel besser wäre, wenn da der große Winnie-Pooh säße für die nächsten 50 Jahre und da niemand was dran machen könnte. Also Schuldenbremse und möglichst wenig Staatsausgaben und entsprechend refinanziert. Okay. Also, ich würde gerne den Kapitalismus vor die Wand fahren, zu einem Punkt, an dem aus den Trümmern hervorsteigt, was ich mir so vorstelle. Und etwas wof finde ich dabei, dass die Leute noch alle vier Jahre gewählt werden. Denn wenn da einfach irgendwer sitzen würde, der das mal durchzieht, dann wäre es schneller vorbei. Kleiner Exkurs, weil... Ich habe jetzt schon eine sehr viel klarere Vorstellung, was Wolfgang Schmidt möchte. Ja, ja. China ins Spiel bringt's. Also, da gibt es einen chinesischen, äh, einen riesen, riesigen Immobilienkonzern, der Stand heute, wir zeichnen am 27. September des Jahres 2021. Und er ist auch machiavellistischer, als man erst so denkt, ne? Also, ich meine, er bringt das hier rüber für den Boomer so in dieser schönen, beruhigenden Stimme. Ja, sie müssen wissen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn wir hier alles komplett überladen mit Steuern, äh, mit, äh, Schulden und so weiter, ne? Mach doch einfach so, dann können wir auch schön hier, äh, Bahn fahren und so weiter, ne? Ist halt wirklich wie, 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 wie so eine Schlange. Ich meine, das hat er auch in irgendeinem Video gesagt mit, ich glaube, im Tanzverbot ging es damals darum, ja, die Gesellschaft, die braucht auch die Lüge. Ich meine, das hat er original so gesagt und das ist so ein Ding, also, ich kann verstehen, dass man seine Feinde manchmal anlügen muss, so viel Machiavellist bin ich auch, aber, Alter, wenn du halt die Wolfgang im Schmidtschuh Lüge lebst, ne, dann endest du. Hast du das nicht Platon schon geschrieben? Also, ich weiß es nicht. Du, in der Kack-DDR. Und dann kannst du am Ende, dann musst du halt nur noch lügen, um die alten Lügen glaubhaft zu machen. Der Stand heute pleite ist oder vor der Pleite steht und es geht um hunderte von Milliarden Euro beziehungsweise Dollar. Was passiert, wenn dieses, wenn dieses Ding über den Jordan geht? Das ist ein bisschen anders wahrscheinlich als bei der Immobilienkrise in den USA, weil dieser Konzern und da, wo er Geld sich geholt hat und nicht zurückzahlen kann, nicht ganz so vernetzt ist dabei, sodass es vielleicht nicht ein so großes Risiko hat, wie das jetzt bei dem US-Immobilienmarkt der Fall war. Ich glaube, dass China jetzt gerade etwas austestet, nämlich zu sagen, dass wir nicht immer einspringen, beziehungsweise ihr müsst euch auch an unsere Regeln halten. Und dass ja gerade China sehr restriktiv vorgeht gegen große Konzerne, zeigt eigentlich, dass die KP nochmal deutlich machen will, dass sie den Kapitalismus lenken und nicht die Wirtschaft, nicht die Unternehmen den Kapitalismus lenken. Also das ist so gerade eine Machtprobe. Ja, aber das ist ja schon an sich, das tun die zwar, aber das ist ja schon an sich nicht ein freier Markt, nicht Kapitalismus. Ich meine, das ist, das chinesische System ist vor allem ein Bürokratensystem letztlich. Also es war es ja auch schon Jahrhunderte und Jahrtausende lang. Die Chinesen waren immer Bürokraten, die, also man sagt ja, die Mandarins sozusagen, die das alles entscheiden. Und wenn Wolfgang M. Schmitt sagt, ja die Chinesen wollen sozusagen dem Kapitalismus was vorschreiben, der Kapitalismus ist kein Tier oder kein Lebewesen. Also der Kapitalismus hört auf zu existieren, wenn du ihm was vorschreibst, weil er per Definition auf die freien Märkte angewiesen ist. Gut, China hat so ein komisches Mischwesen, aber das ist halt nicht die Formulierung, du schreibst dem Kapitalismus etwas vor oder dem freien Markt. Das ist halt Quatsch. Entweder du hast einen freien Markt oder du hast keinen. Und wenn du keinen hast oder einen eingeschränkten Markt, dann hast du eben einen nur eingeschränkt. Dann hast du keinen vollen Kapitalismus an so etwas. Wenn solche Leute ganz ehrlich sind, Kapitalismus ist alles außer meine genaue Utopie. Alles, was nicht, alles was Halt macht, einen Meter vor exakt dem, was ich will, ist Kapitalismus und ist böse. Was eine gewinnbringende Strategie ist. Ja, ist ja auch die ewige Erwin-Challenge. Sag mir, was Kapitalismus ist und wenn du es definiert hast, sag mir, warum sie im 17. Jahrhundert keinen Kapitalismus hatten. Oder im Römischen Reich. Das ist nicht ganz leicht. Weil im Römischen Reich erstens keine doppelt freien Lohnarbeiter existierten. Also du hattest da zuerst Sklaven- bzw. Substanzwirtschaft zum größten Teil sogar und danach das Kolonat. Und ja, bei diesem Übergang von Sklavenwirtschaft zu Kolonat, da kannst du sagen, die Pächter, die waren ja anfangs nur freiwillig dort. Mehr oder weniger durften dann halt seit Konstantin den Großen an eine Scholle, also mit Ketten zurückgebracht werden. Also, ja, waren dann an die Scholle gebunden. Also das Kolonat ist eben eine andere Wirtschaftsform als das System des freien Lohnarbeiters, der hingehen kann, wo er will. Ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen, oder? Das ist relativ einfach zu definieren. Du hast Kapitalisten und du hast doppelt freie Lohnarbeiter. Das sind die Zutaten für den Kapitalismus. Dann auch nochmal Und dann auch nochmal